Marvin Friedrich von Union Berlin steht vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Es steht nur noch der medizinische Check aus. Friedrich soll Matthias Ginter beerben, der die Fohlen ja definitiv im Sommer verlassen wird. Aber Friedrich soll bereits im Winter kommen. Wenn das klappt, Chapeau Gladbach. Ich halte Friedrich für einen extrem starken Innenverteidiger. Wie seht ihr das? Kann Gladbach mit Friedrich den Weggang von Ginter kompensieren?